Hallo Leute, yeah, ein neuer Vlog, let's go. Wir holen jetzt Willi vom Bahnhof ab. Ich glaube, wir machen ein ganzes Wochenende Vlog. Ich weiß nicht, ob ich dann zu viel Content habe oder so. Vielleicht machen wir dann zwei, drei Parts draus, aber auf jeden Fall fange ich erst mal an zu filmen. So, damit ihr wieder ein bisschen Content habt auf YouTube. Vlogs kommen sehr gut an. Ah, übrigens. Mein Play-Button ist da. Leute, beißt haben wir den Millionen-Play-Button. Lass gerne einen Follow da, ja. 27 Likes, Leute. 27 Likes. Wäre nice, Mann. Spreng den Live-Button. Willi muss, glaube ich, ein bisschen auf mich warten. Ich nehme Stau. Mein Reifendruck. Jeden Tag ist mein Reifen leer. Ich pumpe den auf. Es bringt nichts. Es bringt nichts, Leute. Es bringt nichts. Ich glaube, irgendjemand hat da einen Nagel oder sowas reingeworfen. Keine Ahnung. Reingeworfen. Jo. Da ist Falschgeld, Leute. Da ist er. Erstes Sauber. Ja, ja, ja. Ich habe noch nie so etwas Respektloses gesagt. Warum? Ich habe dir zehn Minuten geschrieben. Hättest du auf Eli zählen können, sag es mir. Nein. Na, guck. Winnie, was ist hier? Drehung, Angelpunkt. Der Lied. Wenn ihr was braucht. Spann doch Rathaus. Einfach da hingehen. Wir gehen jetzt kurz nach Hause zu mir. Wir verhungern fast. Ja, und ich fühle mich so unwohl. Warum? Wirklich. Es ist geisteskrankt, wie der Auto fährt. Allgemeine Straftat. Guck mal, der sieht aus wie ein Mathe-Dozent. Trading-Tipps bei dem Mann. Joe Gomez ein bisschen Minus gemacht. Hallo. Ich habe voll gutes Internet. Nein, du hast das beste Internet. Ja, bis dann. Okay, super. Ehrlich, du bist der Beste. Okay, kommst du dann auch, ne? Was ist? Das ist so unangenehm. Ich glaube, du sitzt. Ja, das ist cool. Der beichtet mir gerade, dass er keine Unterhose anhat und dass sein Schwanz an seinem Bein klebt. Unser Telefon ab mit Eli hat. Das habe ich heute gemacht. Cool, ne? Unser Telefon ab mit Eli hat mich weitergebracht. Also, bleib auf deine Vorderkamera. Ähm. Mann, Junge. Wenn ihr was wissen wollt, bleibt dran. Was ist hier? Merci Berlin. Hier ist nicht die Gamescom. Nicht? Die Gamescom ist in Köln. Hier ist die Venus. Ach so. Kennst du? Ja, natürlich kennst du die Venus. Michael Schäfer, falls du das Video siehst, wir sind zwei beide Single und wir drehen noch Filme. Mikaela, hallo. Mika! Pass auf. Trag mich nicht so an. Guck mal in Kamera an. Ja, das ist ein Micha. Ich sehe ganz verkehrt aus. Da Gott, Willi und ich zusammen gechattet haben, die Hardi Boys dachten uns. Ja, Elena, was machst du? Genau. Elena und Amanda. Leider außer Gefecht. Schade. Elena hat Linguinitis. Erstmal an der Stelle gute Besserung von uns zwei. Gute Besserung. Aber wäre bestimmt lustig gewesen. Ja, und wenn ihr irgendwelche Quarantäne-Partner braucht, wir sind da voll offen, wirklich hier. Ey, Leute, Linguinitis, nicht gut zu sein. Googelt das mal, man. Ja. Gute Besserung. Gute Besserung. Hast du auch geküsst? Nein, ich wollte mehr. Ich wollte mehr. So, Willi. Kennst du dich hier aus? Wo sind wir? Riza. Ja, das ist Riza. KFC in Halal. Haben wir hier gleich mal einen Bubble-Tee-Laden. Da, Jungs, da sind Abonnenten. Wir haben es gedacht, wir haben es. Oh, Leute, Linguinitis. Ich finde, du hast unkohol, oder? Ja, Linguinitis. Ich habe ein Gefühl, dass es richtig lange dauert. Nee, wir gehen tun. Das ist halt die. Das ist auch eine fette Schlange. Mann, ich hasse dich so krass. Was kann ich denn dafür? Ey, Leute, der hat Hunger, Mann. Leute, der hat Hunger, könnte ich... Entschuldigung, der hat Hunger, könnte ich vorhauen. Nee, wir haben auch Hunger. Ich glaube, es haben alle hier, Willi. Wir haben auch Hunger. Wer hat hier keinen Hunger? Genau. Du bist nicht der Einzige, Willi, okay? Da heißt ich immer, dass die Welt sich nur um dich trägt. Frag mich doch einmal so an, ich zut ja, Alter. Kommt mir leid. Die Welt trägt sich nicht nur um dich. Wir kommen jetzt auch langsam, Hunger. Sorry. Bitte. Entschuldigung. Wir haben jetzt beide Hunger. Kommt nicht vor. Ich habe jetzt auch Hunger bekommen. Ich auch. Jetzt sind wir hier auf den Sack. Aber wir sind zu zweit. Wir sind alleine. Entschuldigung. Ey, Mädels, ihr kommt nicht vor, ne? Keine Chance. Jeder hat Hunger. Jeder hat Hunger. Die haben sich auch vorgedriggelt. Die kamen einfach her, meinten, die haben Hunger. Das ist meine Hut, Leute. Berlin. Leute, wenn ihr mich treffen wollt, sucht mich einfach hier in dem Umkreis. Das ist so wie Würfelpark. Gut, das war gleich. So habe ich es auch Sosa erklärt. Leute, er heißt einfach Marlon. Ist der auch so? Marlon? Ich weiß es nicht. Nerven wir euch? Okay, cool. Ist rot, ne? Naja. Willi und ich machen das, was wir am besten können. Wir nerven einfach die ganze Zeit schon wieder Leute. So, wir haben jetzt noch einen bubbligen Tee. Wir wollen noch so einen richtig ekligen Nipf E-Ni holen. Er hatte Milch mit Green Apple. Milch mit Green Apple. Mit welchen? Mit was sind die schlechtesten? Was sind die ekligsten? Ja, ja, die. Die sind cool. Und vielleicht, was sagst du zu den Weißen? Nein, nein, da muss noch was drin. Da müssen noch... Hier, Strawberry. Erdbeere bitte. Erdbeerapfel, gut. Was war's? Ja. Hier ist grüner Apfel mit Milch. Und Erdbeer und Scheißlings. Scheiße. Geht? Nee. Quatsch. Scheiße. Das war cool. Oh, cool. Ich will hier ehrlich nicht mehr drin sitzen. Es ist so eng, Willi. Mann, ich sitze jetzt mit dem Typ im Auto. Wir haben uns fünfmal verfahren. Sechsmal in die falsche Ausfahrt, Mann. Ich gucke euch das an. Weißt du, wie eng das ist? Man denkt, du bist im Autoscooter. Was machst du da? Ich gehe. Wie gut. Das war einer, wirklich der schlimmsten Fahrten, die ich mit dir gemacht habe. Ein Fahrradfahrer fast mitgenommen. Ja, das ist mir fast reingefahren. Dann sind wir irgendwo einen Typen fast reingefahren. Dann haben wir die Ausfahrt verpasst. Ja, dann sind wir hier nicht abgebogen. Katastrophe. War unglücklich, glaube ich. Schlechteste Fahrer, den ich jemals kennengelernt habe und kenne. Dafür steht man nach. Mann, das ist so... Das ist geistig krank, weil du hör auf, bitte. Proge Perspektive, Leute, was machst du hier? Alter, auf einmal, ich muss so krank pissen. Ich muss so krank pissen. Dann lässt alles fallen und wir pissen auf einmal hier gegen den Baum. Mein Gott. Mann, lass mich hier einfach in Ruhe. Leute, wir verlosen jetzt die PS5. Wir verlosen die PS5, das ist schade. Wir verlosen die PS5. Wie uncool ist dieses Ende? Machst du den Muser? Ey, Jungs, ey. Hey, Lik. Was geht denn so? Hi. Wir sind jetzt live. Mit einem Bubble-Tee. Na? Für dich? Ist das für Milch? Ja. Green Apple mit Milch. Habt ihr damit irgendwas gemacht? Habt ihr da, ich schwör auf alles, ihr habt damit nichts gemacht? Ja, wir haben damit nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Weiß ich nicht, ob ich das trinkt hier, Jett. Mach mal kurz früh, Kerl. Leute, wir verlosen die PS5, Leute, alle Medion. Oh, was sagst du PS5? PS5, ihr Medion, ihr PS5, yo. Digga, ich hab gerade ein Spiel gemacht, ich hab fast verloren, ne? Wie stehst denn du? 1-0. Die Rumänien führt? Digga, Rumänien führt 1-1 gegen Deutschland. Ey, die hat hier alles auf dem Schub. Na, das ist die Türkei 1-1. Insta geht nicht, Digga. Geht nicht? Nein, geht wieder nicht. Ey, Leute, Insta geht nicht. Ich kann kein Insta-Storex machen. Willi muss kacken und der lässt liegen. Nein, ey, Willi, ich schwöre auf alles. Wenn du jetzt das machst, ich schwöre auf alles, was ich mache. Ich werde es irgendwann bei dir sein und ich werde es noch viel schärfer machen. Was, wenn wir beide den Ei legen und beide trennen? Dann war es das letzte Mal, dass ihr heute hier seid. Weiß ich. Das ist das letzte Mal. Kriegst du auch dein Bubble-Tee nicht? Was sind denn das für eklige Babbeln da drinne? Die hat extra irgendwas Schlechtes gemacht. Wir haben uns gedacht, die sind cool. Ich freue mich noch so einen richtig ekligen Mitveredelung. Mit welchen Babbeln? Mit was mit den Schlechtesten? Was sind die ekligsten? Ja, ja, die Jungs. Haut die Lange. Willi wollte Türkei gucken anstatt Deutschlands. Burak. Burak habe ich. Haut die Lange. Heine, heine. Wur, wur, au ne. Wenn man sagt, es ist eine Unterhose, man will es man eheln nehmen, kriege ich Sackrappen. Du weißt, wie das juckt bei denen. Marlon sagt gerade, wir können ins Kino gehen. Bei 20 Uhr läuft ein Film. Potsdam Applaus. Wie sieht man das mit Jessica und so? Bisschen Action. Ligala steht 4-0. Letztes Spiel für ihn heute. Ja, wir gehen ins Kino, ne? Leute, wenn ihr mal keine Unterhose habt, nehmt ihr die Socke, stülpt sie rüber und den Rest von der Socke klemmt ihr in eure Arschrugze rein. Vertraut. Wir sind jetzt am Potsdamer Platz. Dann klemmen die das mit Marlon, JP, Jessica und Co. Zu viel, zu viel. Ja, Leute, küsst euch mal. Jessi, JP, MM4. JP, was gucken wir? Escape Room. Escape Room? Ja, tschuldig. Ich check jetzt erst mal, muss er suchen. Ne, 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 ne. Zeig mal deine Haare kurz. Charity, ey. Schlicken, der Letzte muss hier bleiben. Oh mein Gott. Es kann dauern, es kann dauern. Sei dumm. Wer muss noch? Einen Stein. Eins gegen eins? Verlierer muss sich anstellen. Geht doch, kommt doch. Natürlich verliert JP. JP hat getrüppelt. Erst mit den Jungs. JP, Cola Zero mit Popcorn. Gibt's hier was Alkoholisches? So. Zeig mal her, den Mann. Oh Gott. Was geht, was geht? Was geht? Wir werden die so nerven, alle. Ich weiß, ich freue mich, dass Popcorn hören. Danke. Schritt Nummer eins. J2Db, eins bis zehn. Eins bis zehn, Bilo. Ich hole zwei. Cool. Jessic, eins bis zehn. Eins bis zehn. Das Film war meiner Meinung nach gut. Du bist ja kurz. Du guckst dir an den Platz hier. Wow, kurz Ding. Guck jetzt mal, mein Reichmann. Das kann ja nicht sein, dass der immer... Das macht man wirklich. Einfach mal eine einfach... Es ist hart. Und was siehst man. Fili? Hörst du da plätschern? Warum bist du immer platt, Digga? Okay, Leute. Das ist alles. Wow. Wir brauchen einen Vlog. Ich will nicht Wohnzimmer finden. Wegen guten Urentur. Wird noch nicht geleakt. Ja, wenn ihr mehr... Au, s***. Okay, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Ihr wisst, was kommt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kdn. Aber zum was willst du mich drehen? Mit dem Wägel kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Ja.